Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von YouTuber Live. Ich bin der Königliche Sachse und wir spielen weiter mit einem Dankeschön von der einen Auftraggeber. So, und wir spielen weiter mit dem Sachse. Ja okay, das bist du. Yay, geil. Äh, unsere Aufgaben haben wir. Ich sehe, das muss irgendwie fixen, weil das kommt irgendwie auf das breiter Magen, das man später sieht, weil, einfach hast du es gut gesehen, aber jetzt, je breiter sind, desto weniger. Achso, ich sollte so viel haben und ich habe so viel wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Noch mehr. Das dürfen wir noch nicht. Okay. So. Ich habe überlegt, sollte uns die Gelder reichen für Mitarbeiter? Theoretisch, ja. Wir haben keine Frau und so weiter. Wie sie mit? Arbeit muss man überhaupt nicht. Will zur Unterhaltung? Nein. Weil ich bin. Wer ist unser Nachbar? Ich will wissen. Ich will wissen, wer ist unser Nachbar? Ich glaube, das ist der, Mia, oder? Ne, der. Kelpie, glaube ich. Nein, nein, nein. Ich will nicht chatten. Ich will nicht chatten. Gehst du schlafen? Weil ich will um, tsch, ausziehen. So. Diese Folge, wir ziehen aus auf die große Wohnung, will ich. Wir haben ja schon 120. Wir verdienen, sagen wir, schon gute Geld. Dann kommt aber auf unser Video, natürlich. Der heißt Cape. Ja, genau. Okay. So. Ich werde arbeiten oder nicht arbeiten? Äh. Mein Haus. Ich muss so viel zu tollen. Ich habe schnell intern zwei Arbeitsplätze. Stimmt. Oh, vor dem Aussehen musste ich mir Gedanken darüber machen, was ich meine Mutatisierung-Mitbewohner erzählen soll. Hey, Saks. Ich habe gehört, dass du in die große Wohnung ziehst möchtest. Willst du etwa mehr Platz brauchst? Bist du dir sicher, dass du mich nicht deine umschlagbare Kumpel mitzweifst? Nein, danke. Okay, ja. Ja, finde ich okay. Danke, dass dein Angebot wird gerne brauche. Momentan. Geh genug. Platz für dich selber. Keine Sorge. Ich brauche dich so oft es geht. Du bist wichtiger, guter Freund. Okay. Ziehen wir um. Wir haben die kurze Zeit verloren. Den habe ich vorliegen gelesen. Ich glaube 2000. Oh, der ist ordentlich. Yay. Grüße Wohnung. Jetzt wir sind da, wo haben wir aufgehört. So. Meine neue Wohnung war toll, aber der alle viel größer hier. Viel größer. Hier habe ich angefangen, meine YouTube Teams zusammenzustellen. Ich habe meine erste Arbeit für meine kleine Eingestellte, um doppelt Videos für Video zu produzieren. Ich abonniere, abonniere, gewinne. Okay. Meine, äh, mit aber habe möglich, äh, äh, gezahlt. Video für meinen Kanal hochzuladen. Dazu kamen sie eine genau. Arbeitsplatz vor mir. Die ging wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchen. Okay. Ich habe irgendwie nicht verstanden, was habe ich vorgelesen. Aber scheißegal. Machen wir halt. So. Stell einen Mitarbeiter. Was? Ins Kino. Nein. Ich muss nach oben gehen. Mal schauen. Ich glaube, haben wir keine richtige Wohnung. Ähm. Keine richtige Wohnung. Jetzt gar. So. Nein. So. Mein Kumpel. Haben wir keinen Kumpel. Willst du unterhalten? Nein. Gehen wir nach unten. Äh, warte. Ich will chatten. Wo ist der? Der. Chatten. Ich weiß nicht, wie E-W-I-E-R-R. Ich werde gerne mit ihm zusammen sein. Das ist mein guter Freund. Wir chatten kurz. Ich mache gleich nächste mir ist etwas eingeladen haben wir eine größere wohnung dann versuche ich mal ob ich kann noch eine konsole kaufen so wir haben freunde im kalender haben wir gar nichts das ist schon merkwürdig finde ich so einkaufen will ich schauen wie lange besuchen mit dem reden so wie viel muss ich zahlen für die miete 300 320 und einem mitbewerber muss ich später auch bezahlen auch du scheiße ich hab hunger ich hab hunger ok ich will diese beziehung nicht weiter aus war bist du wirklich persönlich so spiel will ich nicht konsole ist das fucking teuer warte mal 320 500 das konnte klappen aber nehme ich 600 das würde lieber kaufen aber problem ist geld geld ist problem bei mir so essen t-shirt irgendwas fehlt mir ich wollte handy schauen kein neuer handy ok tablet auch nicht nur konsolen zwei neue konsolen dafür brauche ich noch geld erstmal gehen wir essen was soll ich mir jetzt was soll ich mir so gut ach komm spagetten lecker macaron tomatsauce gut video es ist kack es ist immer topf ok mal sehen lasse ich du ach du schandte zufällig schon abonnenten so lächeln ich glaube skript kommt immer gut an lustig verrücktes ok du hast eine line war aufgabe bewältigt nämlich das leider nicht so fertig dass ich versuche so schnell wie möglich das machen weil das wird nicht mehr und gleich wenn das computer geben die gleiche am arsch super echt toll so ok machen wir so skript scheiße fuck dammste fahnd du bist sechs ich habe gehört okay ein auf gesagt gut pc ok man aber erst mal reparieren computer dann gehe ich schlafen und dann wird etwas essen ich habe viel zu tun da wird es okay finde ich ja kippchen am liebsten schadet auch nie muss ich sagen so das haben wir und jetzt spiel die was haben wir mir bekommen auf pc das scheiß spieler ist aber er will bekommt er vor dann ja ich überlege langsam zu pc zu erweitern so ein happy blödsinn versuchen blödsinn nein ist okay so du hast da hat er aufgabe der aufgabe das werde übertrieben glücklich okay was glücklich das habe ich keine andere wahl muss ich das kleiner nehmen was konzentriert mich ja komm 11 sollte nicht schiffe laufen hoffe ich so was ich will sagen musik ob es das das würde das gerne machen das natürlich ist also nach unten was habe ich gewagt so schlecht wo ich habe angst das verliert abonnenten aber der will unbedingt ich schaffe nicht wie gesagt wir haben heute ich habe angst dass ich für kacke vollkommen ich gehe einfach so kacke vollkommen ich wollte zu schnell man ich habe die effekte vergessen nach freie nach date nein geschmack nein mitarbeiter einst das ist mein bester fall gut haben wir einen ok ich habe mitarbeiter und das meine erste aufgabe war eine alles was schritte zum hochladen videos beizubringen ach so muss ich ihm alles beibringen wählen die mitarbeiter und bitte ihn mit ihm zu video machen wählen die video und den art ist ok video warte klicken auf mitarbeiter und video erstellen genau und dann wähle den art ok nehmen wir ja das ist noch gut machst du das der mitarbeiter kann die video nach den anweisungen machen so dass du jeder schritt die gewonnen kannst oder machst du ihn sagst du soll sich entscheiden zu treffen stellt sie einfach was der alles ok ok aha gut ich will die abonnenten also das heißt wir müssen echt verdammt video hören so ich lade auch hoch mal bei mir eigentlich ist das was bei ihm noch gar nichts bewegt so spielen ja ja ich habe nicht gelesen scheiße du hast eine versteckte intemp gefunden jo feierte schreit ey auch konnte feierliche scheiße vielleicht wird es besser äh ladebeschirm hinweis um sinnlose kommentar ernste kommentar sinnlose kommentar komm passt jetzt kommt das verrücktes oh haben wir zwei unmögliche kommentar sarkastisch komm sarkastisch konnte auch laufen ja schon ja schon ich habe nichts anderes leider jo passt oben 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 ah nix bei mir so verdammt klar so machen so dann so mehr nicht kann ich leider so skript werde ich das machen 60 prozent zufriedenheit sehr schön so und was machen jetzt schlafen 403 muss ich haben jeden monat das ist glaube ich machbar wenn ich lade hockles zicker mache mehr wenn der werde macht auch ein wir werden auch äh wunder so was haben wir hier du was gehen sechs prozent mehr abonnenten mit camp abonnenten das ist ja schon so und dann essen wir was ähm hamburg komm es wird ein bisschen verschwendel dich aber ja gut junge hast du keinen PC wahrscheinlich oder so nächste gameplay ich mache ich glaube ich mache mehr videos als er so aufnahmestand glücklich kann man machen wieso nicht passt lustige rum da ähm lade beschirm wird hin auch du scheiße ist von wir den hinweis die hinweise die mehr so auf die zeige ich lese das überhaupt nicht nochmal spiel äh feier der schrei äh schuldig aus nein agression werde besser oder was das laden wir schön also verrückte ok mhm intelligente kann man nix machen tutore das nervt mir verdammte tutore immer so so alter alter das war schon geil perfekt kann man besser machen ich glaube weniger lass sowieso schauen wir mal wie werde das einkommen ok es ist nicht sehr lange video stimmt aber es ist gut finde ich bin zufrieden ähm hallo feuern äh feuern will ich nicht mehr so wenn er werde äh warte mal äh äh mhm 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 gibt es noch was machen wir das ja das bekommen viele punkte ah ok schlafen komm gehst du schlafen aber dali ich glaube erstmal muss man wenn er macht video schon essen 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 muss brauche ich essen ja brauche ich auch ein bisschen essen essen natürlich kiffchen hä mhm hm mhm mhm hm mhm schon 1000 ss oh 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 jetzt brauchen wir langsam neue game bis er macht dieses video es wird ablaufen schon abbrechen muss reparieren ich bin gespannt ich muss ich warte vielleicht bekommen noch angebot wie ich muss konsole kaufen desto sparig wir kommen auf die bestimmte konsol noch einkommen ich bekomme 618 monatlich okay gaming stufe 13 ok der ist mein eingestellte die beziehung muss mehr hören denn er ist vater mit den tanzen so ich glaube so pc pc kaufen was der ist schon boah der ist teuer ich brauche neue game über den neuen game und mein handy meldet sich jetzt gerade so top spieler der erste top spieler okay ist nicht teuer also gute bewertung nehme ich soll bald kommen aber erstmal machen wir kurs so leute wir haben über die zeit ich werde sagen das war's und wir sehen uns nächste video tschüssi bis nächstes mal euer königliche zaxi tschüss